Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Oper-Ding hier auch auf dem Kanal. Wir sind von dir heute heute, machen wir ein Pack-Oper-Ding ohne den Herr gleich. Nein! Weil der ist heute nicht dabei. Nein, ich bin klar. Der ist halt Urlaub gewesen. Du was? Ich bin Urlaub gewesen. Ja, Urlaub von Animations-Urlaub. Okay. Okay. So wird aus, Leute, wenn ihr hier drei Screens abguckt, wo alle drei was gleich ist. Was? Wieso drei Screens? Zack, zack, zack. Ja, das eine ist das Tablet. Jetzt hängen die Leute, du hast hier drei Monitore. Ich hab zwei. Ja, nur. Ja, die meisten haben drei. Die meisten haben drei. Ja, ist klar. Die meisten YouTuber. Ja, die meisten Leute haben drei Monitore an ihren Rechnern. Genau. Die meisten YouTuber. Weil hier oben, also wenn ich mir einen dritten holen würde, dann würde der hier oben. So, also hier gibt es inzwischen die so wild Brian Hudge, dieses Chance Pack, aber da kannst du leider eben, ja, 450 kannst du ausgeben, aber ja, kannst halt keine drei Karten bekommen. Ich könnte das jetzt machen, aber mir wärs lieb und recht, wenn ich die Falcon Attack Box öffne. Aber da sind sogar die Endesaldinger da. Da liegen sogar die Endesaldinger da. Da liegen sogar die Endesaldinger da. So, und dann gehen wir mal da drauf und dann schauen wir mal. Los, zusammen? Ja, zack. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt. So. Was passiert? Oh, das sieht... Oh! Drei Stück! Drei Leggies! Alter, drei Leggies! Falcon Attack, Quackmeyer, Hank Hill und Mr. Twi... Drei Leggies! Ich werd bekloppt! Ich werd bekloppt! Ich werd bekloppt! Das gleiche machen wir ja. Der Werk ist nicht die Rede. Ich bin bekloppt! Ja! Da haben wir hier noch, super... Golden... Super Golden... Ja, klar. Ich bin total... Können wir super Epic Tactics gemacht? Können wir auch super Epic Tactics machen? Können wir auch super Epic Tactics machen? Ja, das sind nicht viele, aber können wir auch, glaube ich, noch... 2 oder 3 auch machen. Aber das ist ja echt der Mega Brille jetzt. Ihr wollt eigentlich nur mal ganz kurz ein kleines Box... Box Opening... Oh! Das ist so... Au! 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 Das ist der Hammer! Das sind schon vier Leggies! Hier! Bei... Gerade mal... 5 Karten! Wie die meisten Leute es nennen... 4 Leggies! Oder 4 Gems! Oder 4 Gems! Die gibt's natürlich auch noch! Jetzt kommt noch die Mythic und dann... Drehe ich hier total hohl! Nee... Keine! Ähm... Nochmal mehr kaufen... Alter, was ist denn das jetzt gewesen? Ah, keine! Mega! Ah! 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 What?! Ich drehe am Rad! Was ist denn das? Habe ich nicht unten jetzt so... Warte mal, müssen wir noch mal gucken, ob ich... Ich geh heim! Ey, das ist ja... Das ist ja mörderisch, oder? Na na... Na na... Na na na, haut rein! Und... Hallo! Nein! 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 reicht nicht aber jetzt noch was da kommt noch was bevor die leute abschalten da kommt noch was was war denn das jetzt hier gewesen das ist ja das ist ja unfassbar das ist ja wirklich so also das war jetzt ich jetzt zwei alter das ist das war jetzt ich meine es hat mir jetzt nicht wirklich aber das ist mega also gut okay jetzt gehen wir mal rüber einmal ganz kurz so richtig und dann gehen wir mal rüber in den ersten account weil dann machen wir nämlich das gleiche jetzt auch nochmal wenn ich da jetzt auch noch mal so viele ziehen würde da würde ich ja also das heißt warum ist das aber gleich warum ist das aber gleich so eigentlich müsste er da sein oder eigentlich war ich drin so ich mache mal so und jetzt so genau so ja hier belohnung abholen by the way bei unserem letzten sieger nein das ist keine jugend sprache das ist ganz normales englisch bei unserem letzten sieg bei unserem letzten sieg haben wir da wird auch noch so ein ganz kleines info video eigentlich machen haben wir alle fünf inseln das erste mal alle fünf inseln zerstört so jetzt jetzt kommt es jetzt kommt jetzt kommt es kommt ein bisschen das ist das ist so was mal erleben darf fünf inseln auf einmal an einem sieg zerstört mega krank so jetzt jetzt kommt es kommt der witz jetzt kommt mega witz hier so nee also brutal der witz ist so und jetzt gehen wir auch hier in den shop rein so und dann schauen wir gleich und dann schauen wir jetzt hier rein und haben wir die falcon attack box so also und das sieht jetzt diesmal nicht so noch mal drei was ist denn das ist doch ich drehe gerade am rad ich drehe gerade am rad was ist denn hier los das ist was ist denn das video können wir nicht nur ein paar openings das ist das ist das ist das ist batterie ist fast leer so und jetzt stürzt mir das ding noch aber nein krank 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 so jetzt gucken wir mal vielleicht kriege ich ja hier jetzt auch noch mal eine läge raus so klicken wir da mal drauf und man 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 die kann ich jetzt glaube ich sogar quad füsen und was ist denn hier kaputt zehn lechys mit nur gerade mal gerade mal weiter hier gerade mal weiter was ist denn was ist denn das hier jetzt ja jetzt noch eine müßig das wäre ja mein erster film ich heiße was ist denn das sind box was glück dass wir das jetzt noch die schnelle gemacht haben und da hinten wer jetzt noch was zu kommen man 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 das war's glaube ich habe ich noch irgendwie was ja vielleicht 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 nein reicht nicht ganz man 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 unfassbar oder auf jeden fall ich will erstmal wissen ob sich das jetzt hier so schon mal gesehen hier genug das ist ja das ist ja ich weiß überhaupt nicht was ich dazu sagen soll das ist ja mein erster bill ich freue mich riesig ich fand ich fand bill ja eh immer mega geil ja und jetzt wie stark wittender wenn man den nur einmal 12 20 13 24 ich habe ja ich habe ja einen den einen so das ist sogar besser jetzt als der eine will hier mega geil das wollte ich immer mal sehen dann kann ich den auch sogar mal recyceln aber jetzt aber ich bin ich bin super happy gerade das ist unfassbar nein was war denn überhaupt alles gewesen ich ach so hier und die kann ich ja sogar dass das ist das live will ding denn den live wheeling ziel den kann ich ja sogar füßen dann habe ich hier noch mister business mister twilley ja ich habe inzwischen jetzt so viele dass ich gar nicht weiß was ich jetzt aktueller mit anfangen soll das jetzt alles recycelt oder was warum autodeck wird sich verarschen was machst du für eine scheiße ich habe mein ganzes dick zerstört der polo ist voll aus mammut also würde ich sagen ja für die zeichnet die zeichnet ja 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 ja